night swim bei hilfe ist spukt im garten pool wohl ein zu bescheuerter titel gewesen wäre wir haben es hier mit einem blumhaus film zu tun einem film der marke simple horror der einem in der tat einen swimming pool präsentieren will in dem es spukt sowas verurteile ich nicht wenn ich den trailer schaue ich hatte eigentlich eher so den gedanken oder die neugier was will man mir hier präsentieren wir haben eine familie der vater ist ein ehemaliger baseball profi der an einer erkrankung leidet und in reha muss um sich in ruhe auszukurieren kauft die familie ein haus mit einem swimming pool im garten dort leben sie ein weilchen die mutter blüht in ihrem job auf der vater zieht im pool seine bahnen und kuriert auf unglaublich gute weise seine verletzungen die kinder kommen so halbwegs in der schule her zurecht alles ist wunderbar aber wehe man geht nachts in diesen pool denn nach und nach haben alle familienmitglieder irgendwelche erlebnisse bei denen irgendetwas mysteriöses da passiert ist und relativ schnell wird klar in dem pool ja pünktchen 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 das ist einfach der punkt wo ich beim trailer interessiert war was will man mir hier präsentieren ist der pool ein tor zur hölle zu einer anderen dimension irgendwas absurde ist da ein geist drin ist da ein physisches wesen drin was will man mir hier verkaufen was ist das was in einem swimming pool sitzt und warum macht man nicht einfach das verdeck zu und lässt es sein ja diese auflösung kenne ich jetzt verrate sie hier natürlich nicht muss aber sagen dass sie bei mir ein ausgelöst hat und nicht sonderlich mehr und das ist auch schon die heftigste reaktion die man dem film rumkommt denn ja wir haben darsteller wiat russell ist der sohn von kurt russell und ich stelle mir gehört vor wie er seinen sohnemann mal ordentlich übers knie legt und sagt du sollst nicht in so schlechten filmen mitspielen denn ich weiß nicht der macht jetzt hier keine katastrophe oder ist jetzt darstellerisch kein schuss in den ofen aber er ergreift mich auch keine der figuren hat irgendwie eine form von charisma oder charme oder irgendwas das sind jetzt auch nicht um im umkehrschluss blöde arschlöcher das ist einfach eine familie die mir von anfang bis ende herzlich egal ist die gruselszenen sind dann ein einziger ein einziges best oft bekannter motiv also wenn da jemand im swimming pool schwimmt und da stimmen aus dem abfluss hört und da auch hin schwimmt und versucht da was rauszuholen reingreift dass er dazu an die eröffnungsszene von stephen kings s dass der pool mit der zeit auf den familienvater so etwas merkwürdige auswirkungen hat und der sich immer finsterer verhält ist dann so der shining einfluss und man wird auch noch etliche andere filme finden die irgendwie hier referiert werden nur nicht in gut am ende hat man einen hochgradig langweiligen film weil die spannung baut sich nicht auf dazu ist es zu doof mit den jumpscares wirkt das kann man zugute halten jetzt nicht allzu übertrieben also ein bisschen was davon ist drin aber jetzt nicht so alle drei sekunden wie es zum beispiel der letzte exorzist film gerne machte und die größte strafe oder das größte wie auch immer was ich dem film vorwerfe das was im showdown passiert müsste mich als familienvater wirklich mitnehmen und das hat mich so eisekalt gelassen und wie der ganze film er ist blutleer er ist schwachsinnig was die auflösung et cetera angeht er nimmt ein ergibt einem keine emotionen außer lange weile und das ist es ist horror aber nicht so wie man ihn möchte sondern weil es so übel ist deswegen klatschen wir da ein verlegenheitspünktchen drauf weil es ja zumindest ordentlich gefilmt ist ein ordentlich produzierter us-film aber eine ganz dicke empfehlung diesen pool zu meiden oder wie ich es an anderer stelle sagte ein echter abflussrohr krepierer wie seht ihr das habt ihr lust diesen film zu sehen habt ihr davon gehört oder ist euch das zu blöd erzählt mir das doch mal in den kommentaren oder diesem video ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen daumen da lassen gerne ein abo und wir sehen uns gerne zur nächsten katec macht's gut bis dann